Leute zum neuen Teil von einem neuen Projekt diesmal heißt erstmal das Projekt das ist nicht alleine hier schon einer drauf Enderkuchen HD und das Projekt heißt Hissm wir sind jetzt alle auf dem Channel drauf wir sind per TS hier Kiara-HD ist jetzt auch drauf und ich entmute mich jetzt mal im TS so hi ich bin jetzt auch wieder da und auch drauf ok ich bin auch schon drauf und von 419-HD hi und die Beschreibung das hier ist wie Craft Attack also viel Spaß diesmal ok alle Kuchen für jemanden äh alle Kuchen sag ich schon mal die Kiste ey sogar der Toten nice viel ich hab für alles gesagt beste Richtung direkt rum direkt rum fliegen ähm dein PC ist irgendwie laut oder äh ja komm ich will nicht sterben fight 101 fight 101 nein 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 das war mein Trock äh ich muss kurz etwas äh wo wird das angezeigt das mit dem ähm ach so Fadenkreuz Schnellzugriff Fadenkreuz ne Fadenkreuz genau wo wird es angezeigt wo wird es angezeigt na äh das ähm oder vielleicht liegt es am Texture Pack ja x-ray Texture Pack benutze es aber nicht ähm so ich hab noch was vergessen liegt das darin ja das liegt am Texture Pack ok so also also ich hab einfach jetzt schon ein halbes Herz was ist los mit dir? ähm da waren die Spinnen wieso tötest du sie nicht? ah sie ist ich hab auch grad eine Spinnen getötet das hat mir nur ein 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 Herz gezogen nicht sagen ja fliegen ey lass mal äh fliegduell machen ja ok lass auf den von hier oben auf den Baum also ich brauche ich brauche ein bisschen zu essen Essen habe ich schon man Aua sorry ich hab die mit dem Betten unterwegs komm auf den Baum wir als erstes dann beim Spawners ok ok warte ähm ok warte lassen ok ich musste kurz was machen komm hier hin wer als erstes auf der Druckplatte ist ok 1 ok 2 ey ich war nicht voll haha 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 trotzdem äh ok das war meist auf Deutsch war achso ok ähm ich komm mal gleich ähm ich muss mich mal kurz muten ok 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 weiß nicht Soll ich Musik in den Hintergrund schlafen? Kann ich nicht machen. Der Bieg, war das gerade dein Ernst? Ich war das doch gar nicht. Ja, du klaust mir Kohle! Warum? Du hast mir aber nicht getroffen. Nicht mehr schlagen, nicht mehr schlagen, nicht mehr schlagen. Ich hab die Gleitschärven. Ich seh keine Schlaganimation, dass du verletzt wirst. Weil ich das Kind habe. Okay, da schon mal ein Skelett. Ich bin beinahe gestorben. Ich hab noch zwei Herzen. Wieso hab ich das gesagt? Ich mach dich nicht tot, weil du mich sonst auch drücken willst. Oh, nice. Jetzt werden die sind jetzt nicht mehr so laut. Jetzt haben wir keinen Flugtag, wir haben sie laut. Wir brauchen dich zu schlagen, wir brauchen dich zu schlagen. Das sind schviere. Wir brauchen dich zu schlagen. Dahinten sind Schafe, äh... Schweine. Es sind Schafe, äh... Schweine. Und... hast du es im Hintergrund, Chiara? Ähm, von meinem kleinen Bruder. Ja. Sorry. Ein Knie wurde bis vor deinem Channelбusen, Das ist dein Musikbot. Ja, ein Flugzeug. Ich habe ein Flugzeug gelandet. Flugzeug gelandet. Nice. Ich muss ein bisschen laut aufsteuern. So, ich hoffe ihr hört es auch. Ja. Also, ich mache alles. Ich auch. Und viel? Wieso bist du in deinem Flugzeug? Ja. Wieso bist du in deinem Flugzeug? Ich bin in deinem Flugzeug. Ja. So, du bist auch da. Du sitzt. Wo bist du, Chiara? Ich bin da. Ich habe Essen. 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 Ich nehme mal direkt ein paar Squids mit. Wer weiß nicht, ich mag schwarze Farbe. Ich bin da. Das könnte es auch eigentlich helfen. Ja, ich darf auch die Beutel holen. Okay, drei Tiefenbeutel. So. Der geht ja noch kaputt. Du hast ja voll vergessen. Was? Die Elytra. Äh, die Elytra. Ich will. Okay. Ich will kein... So. So. Schon sieben Minuten. Ein bisschen mehr geht das hier. Scheint. Ich bin trocken. Ähm. Ja. Okay. Alter, diese Musik. So. Soll ich da anfangen? Äh, passt schon. Äh. Äh. Oh ja. Ja. Die ganz alten Zuschauer von mir wissen noch, äh, kennen noch das Lied. Kann ich gleich mal deine Intro-Musik oder was? Überhaupt nicht. Nein. Ist nicht so. Nein. Woher weißt du das? Genau. Wir warten uns nicht nach. Ich bin hier am Formen. Am... Leder- und Fleischformen. Hm. Ich muss mein Deutsch wehrt machen. Ja. Ich muss nicht nachdenken. Ich muss nur noch ein bisschen mit dem ein Zeichen. Ich muss nicht nachdenken. Ich muss mich einfach mal bei ihm nicht nachdenken. Ist es ein herausragender, dass ich eine Art von Hause falsch rauskomme? Ja. Ich weiß, was man hört sich an, was man hört sich an, was man hört sich an. Hallo. Mann, ich brauche Leder. Ich habe neun Leder. Ich habe acht Leder. Ich habe Zuckerrohr. Alles meins. Warte mal, warum ist das Leder? Wer nimmt das Leder? Hä, ich habe das Holz davor nicht eingesammelt? Als ob. Wer nimmt mir da mein Haus? Ach so. Wo müssen Leder sind? Okay, Leder sind. Ich habe so ne neun Leder sind. Okay. Ich nehme jetzt mal ein bisschen Holz mit. Ja, jetzt sammle ich es ein. Oder habe ich das schon weggeschmissen? Alter, die Kampfsystem. So, ein Boot. Ja, da sehe ich schon Enderman. Und sehr viele Skelette. Hallo. 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 Ich bin hier gerade übrigens auf dem See und fahre ein bisschen. Ich bin auch bei einem See und fahre mein Haar. Also ich farme, ähm, Tintensäcke. Hm. Wir sind ganz gut Dillus. Die sind, also mein, mein Steinschwert ist wirklich schon fast schraut, ne? Meins ist schon schraut. Ich habe schon ein zweites. Wurde ich gerade angestopst? Oh, was ist das? Viel, wohl, ähm, seine Eltern sind drin, bei ihm. Deswegen ist es bei ihm leise. Ach so. Hat er sich gemutet? Aber ohne Flugzeuge macht es keinen Spaß. Ja, wir brauchen die Flugzeuge. Moin. Also, der Ort ist so nice zum Haus bauen. Also, ich werde hier, wo ich hier gerade bin, zu 100% ein Haus bauen. Ich fähre das kleines Haus. Bei mir ist so ein See genau an einem Berg. Bei mir auch. Und dieser Berg. Es ist ein Fluss und das sieht so episch aus, weil der auch ein Wasserfall ist. Aha. Und dann habe ich eine Fluss. Ich kann da ein Wasserfall auch noch einbauen. Ich habe da so eine Bucht gefunden. Und daneben ist bei mir noch, äh, Lava. Das ist bei mir auch. Warte, du bist zu. Ich bin da ungefähr, äh, wo so eine Höhle ist. Keine Ahnung, da kommen wir uns auch in Lava. Für warte, komm mal zu deinem Lava. Äh, ich bin bei der Lava. Das ist genau neben dem See. Ein Zentimeter. Bei mir ist das. So, wir haben beide einen Lavasee und einen See. Macht. So, okay. Schon echt krass. Ich habe auch eine Höhle. Das gibt's nicht. Bei mir eine Höhle, bei dir ein Lavasee. Können wir eine Höhle, bei dir ein Lavasee. Also, ich bin jetzt weiter im See und farm ein bisschen. Aber, ey, nee, in der Höhle ist auch... Ich bin in der Höhle und ein See. Und, äh, äh, da ungefähr, also... In der Höhle ist auch richtig viel Eisen gewesen. Ich war noch nicht in der Höhle. Noch ein Use hat mein Schwert. Mein Schwert hat noch ein Use. Nein, ich habe keine Ahnung. Ich habe hier auch bei mir so eine richtig gute, ähm... Wie heißt das, Farm? Squid Farm. Nein. In welchem Stil baust du dein Haus? Wie bitte? In welchem Stil baust du dein Haus? Bei welchem See? In welchem Stil? Stil, Alt-Mode, Splatter, so artig. Ich fake das kleines Haus, also in dem Berg drinnen. Wahrscheinlich. Das wollte ich eigentlich auch so machen. Und daneben ist so ein Wasserfall. Kein Fake von dir? Nee, überhaupt nicht. Nee, nee, nee. Ich brauche dunkles Holz. Für mich ist es nur eine Birke. Okay, und auch gut auf dem Berg. Ich fange mir als erstes an, so ein kleines Lager im Berg zu bauen. Bei mir ist es so, ich brauche auf dem Berg und fange drücke über den See. Ich kann auch so hier so einen kleinen Hafen machen. Obwohl das kein Fluss ist. Das ist keine Ahnung, ist das ein Fluss? Wie viel XP-Level hast du schon? Ich habe fünf. Ich habe sieben, haha, fast acht. Aber ich habe noch nicht gefahnt. Ich fange ganz als hier Squidels. Squid-Doodle. Squid-Doodle bei dir. Ich fange hier mal grob an, hier einfach mal ein Loch zu bauen. Ich brauche dann auch noch Squid-Doodle für schwarzes Klai. Also ich habe schon 21 Beutel. Nein. Hä, ich habe mir jetzt nicht mal gecraftet, alles klar. Ja, geht auch was. Ähm, direkt mal eine Doppelkiste. Also das ist ein echt cooles Lager bei mir gerade. Einfach nur ein paar... Ich habe einfach nur ein paar Blöcke reingebaut. Bei mir ist mir gerade nur ein Block breit, wenn man es so nimmt. Bis jetzt. Bei mir so gesagt auch. Bei mir ein Teil, zwei Blöcke, drei Blöcke und ein Teil nur ein Block. Aber dafür habe ich nicht mehr Tür. Ich werde erstmal alles reinpacken, was ich nicht brauche. Direkt ein bisschen Zuckerrohr anpflanzen. Ich muss ja einfach ganz anders anfangen mit dem System. Und die Folge geht jetzt schon ungefähr 17 Minuten. Und ich sage mal dafür, das war es von dieser Folge. Lasst ein Abo da, so wie ein Like, falls es euch gefallen hat. Und ciao. Leute.